Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute koche ich einmal. Und zwar ein fix fertiges Menü. Dazu brauche ich feines Gemüse, gutes Fleisch, Pilz und verschiedene Gewürze. Das alles hat es zum Beispiel in den neuen Fertigmenü, die Sie jetzt bei GOP bekommen. Die Midi Le Menü sind feine, ausgewogene und servierfertige Gerichte für alle, die gerne gut essen. Sie enthalten relativ wenig Kalorien und der Fett- und Salzgehalt ist reduziert. Auch die Verpackung ist etwas Besonderes. Das Fleisch und die Beilagen sind trennt, damit alles den eigenen Geschmack abhalten. Die neuen Midi Le Menü sind ungekühl mehrere Monate haltbar und darum ideal auch als Vorrat. Wenn ich also für mich oder auch wenn ich Gäste habe ein fix fertiges Menü machen will, nehme ich diese Schale und tue sie 20 Minuten im Wasserbad oder 4 Minuten im Mikrowellenherd erwärmen, aufschneiden, servieren und geniessen. Einen guten Miteinander! Nach diesem Menü wird auch mein Vorschlag nicht enttäuschen. Der Korbmetzger hat uns für heute zartes, frisches Lammfleisch empfohlen. Eine Lammschulter mit einer Mischung aus verdrucktem Knoblauch, Salz und Pfeffer gut einreiben. Auf allen Seiten im heissen Fett gut anbraten. Wenn das soweit ist, dann mit Weisswein ablöschen. Das Feuchtgleich stellen, der Brot zudecken und etwa 3 Viertelstunde schmoren lassen. Lammfleisch sollte in der Mitte immer rosa sein, damit der Fleischgeschmack erhalten bleibt. Und Sie wissen ja, vor dem Tranchieren, etwa 10 Minuten Ruhe, damit nicht so viel Saft ausläuft. Dieser zarte Lammbrot passt sehr gut zu Hartöpfelstock und Bieren nach Freiburger Art. Beide Rezepte können Sie in der Koop-Zeitung von dieser Woche nachlesen. Einen guten! Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. Der Black & Decker Elektro-Hopel DEN 710 gibt Sie allen Koop-Tuituoself für nur 69 Franken. Und in den Koop-Blumenabteilungen finden Sie so einen schönen Spray-Nägel-Strauss für nur 3,90 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop alle Galen-Teigwaren im 500-Gramm-Beutel 30 Krabben günstiger. Ein Liter Koop-Erntnussöl kostet nur 4,10 Franken. In Karom, die Schachtel an zwei Nachfüllbeutel, nur 9,60 Franken. M&M's Pinets, den Beutel an 200 Gramm, nur 1,95 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Tiroler Cake an 340 Gramm, nur 3 Franken. Tomaten per Kilo nur 2,90 Franken. Zum Schluss noch zwei interessante Preisabschläge. Ein Bidon an 1,100 Gramm Golfstab-Vanille-Eiscreme kostet nur noch 6,80 Franken. Alle Koop, Kaffee, Bohnen und Wachs sind pro Kilo 1,20 Franken günstiger. Auf Wiedersehen! Musik Musik Musik